Bei der Methode Meinungslinie geht es darum, sich zwischen zwei Polen zu positionieren. Dafür brauchen wir eine Pinnwand, an der wir die zwei Pole anbringen können. Eine Pinnwand lässt sich ganz einfach mit Learning Apps erstellen. Learning Apps ist kostenlos und werbefrei und damit für schulische Kooperationen sehr gut geeignet. Die Anmeldung funktioniert ganz einfach hier oben. Auch ein Account lässt sich für Lehrerinnen und Lehrer gut anlegen. Der einfachste Weg auf Learning Apps, um eine Pinnwand zu erzeugen, ist eine bereits bestehende Pinnwand zu suchen. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich hier Pinnwand eingebe und dann diese Pinnwand nutze. Dafür erstelle ich einfach eine ähnliche App. Und schon kann ich ihr einen Namen geben. In diesem Fall lasse ich jetzt eine Diskussion über die Schuluniform im Deutschunterricht führen. Entsprechend gebe ich eine Aufgabenstellung ein. Schuluniformen für alle. Wichtig ist jetzt, dass ich im weiteren Bereich das Editieren einschränke, sodass alle Teilnehmer nur ihre eigenen Zettel ausfüllen können. Ich möchte in diesem Fall nur mit Texten arbeiten. Das heißt, ich brauche keine Bilder, keine Audios, keine Videos. Und ich nehme ein einfaches Passwort. 1-A-2-B So, dass meine Schüler das nicht einfach verändern können. Den Hintergrund kann ich gleich lassen und dann kann ich mir bereits die fertige Pinnwand anschauen. Das ist jetzt meine fertige Pinnwand. Hier habe ich die Frage. Schuluniformen für alle. Da kann ich jetzt meine Meinungslinie vorbereiten. Mein erster Zettel ist Pro auf der einen Seite. Und den zweiten Zettel beschrifte ich mit Contra. Dann klicke ich einmal daneben. Und fertig ist meine Meinungslinie. Jetzt muss ich die noch speichern. Dann sehe ich anschließend, wie es aussieht. Ich kann dann jetzt hier unten meinen Schülerinnen und Schülern den Link per Mail schicken. Oder ich könnte ihnen in der Stunde den QR-Code zeigen. Wenn die Schüler die Adresse eingeben, kommen sie auf diese Seite. Sehen die Aufgabe und können sich mit einem Zettel mit ihrem Namen darauf positionieren. Dann muss ich nur noch einen Screenshot machen. Schon kann ich die Positionierung im nächsten Schritt diskutieren. Oder später vielleicht mit einer neuen Positionierung vergleichen.